Servus Leute, RageMirror.de hier und bevor wir heute unser, wie wir es wirklich zu den Champions der Front anschauen, unser neues Logo. Ich bin ziemlich froh, jetzt haben wir endlich unser eigenes Logo, also ein richtiges Logo, da wir auch die Rechte drauf haben, beziehungsweise die vom Zeichner. Aber er würde das dann übergeben, im Fall der Fälle, wenn wir mal was machen möchten. Im Szenen von zum Beispiel T-Shirts oder so, vor allem für mich dann an die Gamescom, wenn ich gehe dieses Jahr. Aber noch zwei kleine Sachen, ich frage mich, ob ich eventuell die Deutschlandflagge wieder drehen soll und das dann vor das Schweizer Kreuz legen soll, wie es davor war. Oder ob ich es so, jetzt muss ich es jetzt erstmal dreimal so drücken, gefühlt, ja, ja. Ja, ich glaube, ich kann einfach rausescapen oder so lassen. Und als zweites ist natürlich die Frage, was sollte denn der Raptor für einen Namen kriegen? Und ich bin mir momentan überlegen, Rage oder so, einfach, ja, auf der Nase, on the Nose, aber gut-ish. Sehr ehrlich. Aber gut, das könnt ihr sonst gerne noch in den Kommentaren ein bisschen beschreiben oder beduseln. Und ja, die Frontline-Champions, wir haben, oder Wargaming gibt für uns, oder gibt uns zur Verfügung den Sumoer SM, den wir kaufen können. Und sie besagen, es ist berüchtigt für sein Schadenspotenzial und die ordentliche Panzerung, zumindest für französische Maßstäbe. Dann natürlich der LP-432. Ist ein leichter Panzer mit harter Hülle, wie geschaffen dafür, Gegner mit hohem Schaden pro Minute und großartiger Beweglichkeit unter Druck zu setzen. Der Canavan Action X ist eine sterlende Wand. Haltet die Wanne versteckt und bezwingt eure Gehen mit erstaunlichem Schaden pro Minute und eurem starken Turm. Und als letztes, der Kanon-Jagdpanzer 105 ist ein schneller verstohlener Jagdpanzer, der mit einem hochpräzisen Geschütz ausgerüstet worden ist. Oder ausgerüstet wurde. Nun ja, was kann ich dazu sagen? Definitiv, der Sumoer SM ist ein Fahrzeug, das darf man nicht unterschätzen. Vor allem, ich persönlich mag den Sumoer extrem und finde eigentlich, es ist ein sehr, 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 sehr guter Premium, schwerer Panzer, der Omelette du Fromage. Wirklich, der Schaden im Clip mit eben diesen 300 Schaden und 5 Schuss ist böse. 1500 Schaden, Autsch, das schmerzt. Das ist eine Stufe 8 Heavy oder die meisten Stufe 8 Heavys. Ihr habt 33,71 Sekunden, was noch viel kürzer ist als das vom AMX 50-100, welcher dann dafür aber 6 Schuss hat und somit eigentlich jeden Stufe 8 Heavy klippen kann. Dafür eben habt ihr halt einen Schuss weniger, aber dafür einen besseren DPM und Panzerung, die eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Natürlich, der Turm ist jetzt nicht gerade Bomberböller-bombastisch, aber die Oberwanne, die funktioniert. Und der Turm kann hier und da auch mal was bouncen. Ich denke, für Frontline ist jedoch dieser Panzer nicht wirklich so... Also, ich müsste sicher definitiv mal spielen. Könnt ihr dann sicher auch im Livestream gucken, entweder auf Twitch oder hier auf YouTube. Aber ich habe das Gefühl, dass der Somoa SM eher in der letzten Phase in der City performen wird, da er dann nicht mehr so viel fahren muss und es nicht zu offen ist. Jedoch in den ersten zwei Drittel des Gefechtes ist dieser Panzer eher meh. Aber eben, das ist meine persönliche Meinung. Wo hingegen, wo ist er denn wo, der berüchtige LP-432, denke ich mal, um einiges böser sein wird auf der offenen Teil der Karte oder auf der offenen Map. Aber sicher auch in der City performen kann. 2.400 Schaden pro Minute ist definitiv sehr gut. Ist sogar vergleichbar mit dem vom M41D, welcher 2.600 hat. Aber dafür habt ihr mit dem LP-432 einfach diese Behind-Panzerung. Panzerung 70 mm und eigentlich ist das ein Autobounce-Winkel. Der Turm mit 160 könnte gut und gerne mal dazu führen, dass auch die Stufe 8 Mediums hier und da bouncen werden. Mit 7 Grad, negativen Kanonen, Richtwinkel. Die ich persönlich als Maschinenbaustudent keine Ahnung habe, wie sie das in den Turm reingebracht hätten. Aber wir wissen ja, Suka Bliad, my dear Comrade, Russki Bias, obviously Russki Tank, muss Best Tank sein oder nicht. Kurwa. Ne, das war polnisch. Egal. Aber ich habe so das Gefühl, der LP-432, der würde sich definitiv lohnen. Ich gucke jetzt auch noch ganz kurz vom Preis her, oder was sie denn genau verkaufen werden. 27 Franken, also etwa 25 Euro, schätze ich mal. Wenn man wirklich, das würde sich schon lohnen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich finde, dieser Panzer für 25 Euro könnte definitiv in, allgemein als Premium-Panzer, wie aber auch als Crew-Trainer und für Frontlines oder so, ist dieser Panzer definitiv lohnenswert. Wo ich sagen muss, das Humor SM, eh. Erstens mal ist das Humor SM teurer. Der ist für 40 Euro, also schon beinahe das Doppelte. Gut, das ist natürlich nicht 50, aber schon ziemlich nah dran. Aber, was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, dieser Panzer würde sich von diesen vier, die sie momentan anbieten, preistechnisch am meisten lohnen. Ganz im Ernst. Da lohnt es sich am meisten. Der nächste Panzer, den wir dann noch auf der Liste haben, ist der Carnarvon Action X oder Action 10. Keine Ahnung. Und dieser Panzer ist definitiv auch nicht ein schlechtes Fahrzeug. Man darf diesen Panzer nicht unterschätzen. Der DPM ist brutal. Also, ihr könnt mit dem Panzer Damage drücken. Nicht schnell, aber nicht mit einem Schuss pro Schuss oder so. Die 230 sind mi, mi, mi. Aber der Schaden pro Minute ist heftig. Und der Turm hält auch mal was aus. Vor allem jetzt gegen Stufe 8 der Fahrzeuge. Und das gleiche ist mit der Wanne, beziehungsweise mit der Oberwanne. Die Unterwanne, ne, natürlich nicht. Die Seiten natürlich nicht. Aber der Turm definitiv. Und, ja, das muss man einfach im Kopf behalten. Dieser Panzer könnte theoretisch auch ziemlich gut werden. Ich muss aber sagen, mit 41 Schweizer Franken, also etwa 39, 38 Euro, ist ziemlich auch ein hoher Preis für nur jetzt Frontline. Natürlich, ich könnte den Panzer auch so spielen. Ich persönlich hatte mit dem noch nicht so viel Erfolg. Aber ich sehe das Potenzial in diesem Fahrzeug. Darum, ja, definitiv auch lohnenswert, hätte ich gesagt. Aber vom Preis her muss ich einfach sagen, mir gefällt es nicht, sagen wir es mal so. Er ist einfach schon ein bisschen sehr teuer. Dafür habt ihr aber wirklich einen guten Turm. Und vor allem im Angriffsmodus gibt es diverse Positionen, die ihr gut mit Hold-Down oder mit einer teilgedeckten Stellung benutzen könnt. So wie aber auch in der Verteidigungsposition. Man ziehe die ganz rechte Flanke, beziehungsweise auch die ganz linke Flanke, kann man gut mit dem Turm was verteidigen. Also nicht schlecht. In der City wird es wiederum ein bisschen schwieriger in der letzten Phase. Und in der mittleren Phase kann es auch teilweise schwierig werden. Da ist eher nur die mittlere Basis gut gedacht für dieses Hold-Down-Gameplay, wo man einfach den Turm nur zeigt. Der letzte Panzer, der Wargaming uns angibt, ist der Kanonenjagdpanzer. Nein, nicht den, sondern der hier. Und das große Problem bei dem Panzer aus meiner Sicht ist halt einfach, dass in der DPM fehlt. Man überlegt, der Scorpion G macht einfach alles besser und hat 2800 DPM. Und der hier hat 2400, höchstwahrscheinlich jetzt, wenn ich auch Schokolade oder Schocchi, der gute alte Lindt, Schocchi oder Dopplerone, reinpacken würde. Darum, mir gefällt es nicht wirklich. Also, sagen wir es mal, wirklich der Kanonenjagdpanzer ist nicht schlecht. Vor allem, er hat geile Kamu. Also, wir packen hier mal eine kurze Crew rein, ne? Und meine Crew ist beinah. Beinah 100% Kamu, also eigentlich 100%. Und wenn dieses Fahrzeug steht, ohne Kamonet, by the way, hat dieser Panzer bessere Kamu als mein, das ist der hier. Das ist dieses kleine Popofiech. Und dieses kleine Popofiech, der ELC Even90, hat auch noch einen leckeren Kaffee mit einem Croissant drin, das ich mir vielleicht nachher noch gönnen sollte für Aufstehen und so. Dieser Panzer jedoch hat das standartmäßig, einfach beim Stehen. 48% Kamu. Dafür hat dieser ein bisschen bessere, wenn er schießt. Der Links, der neue da, der hat sogar schlechtere Kamu, vor allem mit 100% Kamu-Crew und Kaffee. Sagen wir es mal so, wenn es ums Stealth-Gen geht, ist dieser Kanonenjagd-Panzer wirklich genial. Und ich denke auch von den TDs, von den Premium-TDs, ist es auch einer der Besten. Der Streetsorgen S1, habe ich das Gefühl, fehlen ihm eher ein bisschen die Mobilität, um um die verschiedenen Maps rumzukommen. Er hat aber bessere Kamu... Ähm... Hat er bessere Kamu? Ja, er hat noch ein bisschen bessere Kamu. Da muss ich ja gerade noch gleich Binus reinpacken, damit ich es nicht vergesse. Aber irgendwie bin ich nicht so 100%ig überzeugt. Verstehe ich. Keine Ahnung. Dieser Panzer hat Autobounce gegenüber den... Ich hätte jetzt gesagt, 95% der Stufe-8-Mediums hat dieser Panzer Autobounce. Gefühlt 85%. Sagen wir es mal so, von den 8er-Mediums. Wir haben T-44 und Objekt 416. Diese funktionieren nicht. Die haben beide eine 100-Millimeter-Kanone. Bei den Deutschen jedoch haben wir zum Beispiel den Indien-Panzer, welcher eine 8-8er oder... Ne, ich glaube, der hat eine 90-Millimeter schlussendlich. Ja, die 9-Centimeter-Kanone. Der HWK zum Beispiel wird auch gebaunst mit einer 90-Millimeter-Mehrkern-Kanone. Und der Panther 2, der bleibt ja bei einer 8-8er. Der wird auch automatisch gebaunst. Bei den Americans Fuck Yeah haben wir den T-69, der auch eine 90-Millimeter-Kanone hat. Das funktioniert auch nicht. So wie der Pershing. 90-Millimeter-Kanone. Super Pershing. Natürlich 90-Millimeter-Kanone. Dann bei den Omelette de Vromage. Der hier hat eine 90-Millimeter-Kanone. Der hier hat eine F-75, glaube ich, nur. Ja. Von den Heavys gehen wir jetzt nicht ein. Und dann haben wir das auch schon. Bei den Brits... Oh, oi, chab! ...haben wir nur kleine Kanonen. Ich bin Ihnen nicht sicher. Die, glaube ich, die 32 Pfünder. Die sollte... Ja, die kommt durch. Die hat einen 9,4-Millimeter-Durchmesser im Kaliber. Die kommt durch. Die hier jedoch nicht. Schade, schade. Bei den Chinesen ist es wieder ein bisschen anders. Die haben einer... Ich glaube, der hat nur eine 100-Millimeter-Kanone. Genau 100- oder 120-Millimeter-Kanone. Also aufpassen da. Der WZ-TD, der WZ-Medium, er leitet auch nur eine 100-Millimeter-Kanone. Darum kommt er auch durch, wenn er die 100-Millimeter spielt. Was er höchstenscheinend tut. Bei den Japsen, 90-Millimeter-Kanone. Der hier hat theoretisch eine 100-Millimeter-Kanone, wenn man sie benutzt. Aber ansonsten auch eine 8-8er. Diese hat natürlich kein Medium. Bei denen hier haben wir keine Mediums mehr. Außer natürlich den Primo Victoria. Und der hier wird auch automatisch gebounced. So wie der Prosciutto. Also, wenn ihr wirklich gegen Medium spielt und ihr wisst, was die Gegner für Kaliber haben, ist der Schrittzeug in S1 stark, weil sie müssen die Kuppel treffen. Oder eure Seite. Ansonsten kommt die Frontal bei dem nicht durch. Es ist ganz einfach gesagt, aber schwierig zu tun. Aber nochmal zurück zum Kanonenjagdpanzer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ordentlich sein wird im Frontline-Modus. Also definitiv nicht schlecht. Ich bin mir aber im Überlegen, ob ich den normalen Kanonenjagdpanzer spielen soll. Einfach und allein wegen dem DPM. Aber das ist natürlich die Frage, wieso soll ich den normalen Kanonenjagdpanzer spielen, wenn ich ja den Skorpion G spielen kann. Oder den Jagdtiger 8-8. Weil der Jagdtiger 8-8, hey, es ist ein Jagdtiger auf Stufe 8. Und vor allem in einem 8er-only-Gefecht. Ja, 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 ja. Da könnte was passieren. Das könnte gut funktionieren. Aber gut, das sind so meine Meinungen zu diesen Panzern, die momentan eingeboten werden. Und ich muss sagen, der LP-432 sollte mehr oder weniger auf der höchsten Prioritätsstufe sein für euch. Einfach aus dem Grund, es ist eigentlich ein Pocket-Medium, es ist ein kleiner Mini-Medium mit gutem DPM. Darf man eben, wie nicht vergessen, 2400. T-44-100 hat den gleichen DPM, das ist ein Medium, ne. Und ich habe mit dem bessere Sichtweite und die Möglichkeit, Tarnung während der Fahrt zu haben. Darum, dieser Panzer definitiv ein gutes Ding. Und auch nur vom Preis her ziemlich billig. Würde ich empfehlen. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Viel, viel, viel Spaß in der ersten Episode von Frontline. Und viel Erfolg, euch da Panzer zu ergrinden, beziehungsweise euch den General und die Prestigestufe 3 zu ergrinden. Danke vielmals. Und vergiss nicht zu sagen, was ihr über Reiji, den Raptor, denkt. Danke vielmals. Ciao, ciao.